Arbeiten bei der Pfennigparade Dokumentenservice Immer noch werden viele Briefe auf Papier verschickt, zum Beispiel Rechnungen. Eine Firma möchte ihre Rechnungen lieber im Computer bearbeiten, weil das für sie schneller geht. Hier hilft das Team des Dokumentenservice der Pfennigparade. Sie nehmen die Briefe in Empfang und schicken den Inhalt digital weiter. Und zwar so. Jeden Morgen kommen viele Kisten mit Briefen an. Diese müssen bis zum Nachmittag eingescannt werden, denn die Kunden warten ja auf ihre Post. Das Team öffnet und sortiert die Post. Störende Büroklammern werden entfernt und Trennblätter bei Bedarf eingefügt. Dann werden die Briefe für das Scannen vorbereitet. Jeder Stapel Briefe wird gelabelt und mit einem Laufzettel versehen. Auf dem Laufzettel wird markiert, wie das Dokument gescannt wird. Wenn die Briefe eingescannt sind, kommen sie zurück in den Dokumentenservice. Alle Rechnungen werden aufgehoben, damit bei Fragen das Original geholt werden kann. Zur Aufbewahrung bringt das Team die Briefstapel in ein Archiv. So geht das Team des Dokumentenservice verantwortungsvoll mit der Post seiner Kunden um und hilft ihnen dabei, digital besser zu arbeiten. Arbeiten bei der Pfennigparade Dokumentenservice Weitere Informationen gibt's unter www.werkstatt-pfennigparade.de Dreh und Schnitt von der Medienschmiede der Pfennigparade WKM GmbH Vielen Dank an alle Mitwirkenden! 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 Vielen Dank an alle Mitwirkenden!